Hallo und herzlich willkommen, ihr schaut den Astro-Fotocast und mein Name ist Frank Sackenheim. Ich möchte euch in dieser Folge mal einen einfachen Einstieg in die Deep Sky Fotografie zeigen. Und zwar mit so einem Sky Tracker und einem Teleobjektiv an einer DSLR. Wie ich das mache, worauf ihr achten müsst, das alles gibt es nach der Intro. Bis gleich. Wie in der Intro gesagt, möchte ich euch heute einen Weg zeigen, wie ihr in die Deep Sky Fotografie einsteigen könnt. Also man kann es da nicht allen Leuten recht machen. Also wenn ihr zehn Leute fragt, was jetzt die beste Einsteigerausrüstung ist, dann werdet ihr auch zehn Antworten bekommen. Ich habe mir heute mal den iOptron Skyguider Pro rausgesucht, einfach deswegen, weil ich den selber auch besitze und damit auch fotografiere. Eine Canon 6D und ein 200 mm Teleobjektiv. Und damit werde ich euch mal zeigen, wie man in die Deep Sky Fotografie einsteigen kann. Man muss natürlich auch mal klären, was ist eigentlich Deep Sky Fotografie. Also soweit ich weiß, gibt es da keine feste Definition dafür. Ich finde Deep Sky, das bedeutet, dass man Gasnebel und Galaxien schon etwas im Detail ablichtet. Im Gegensatz zu zum Beispiel Widefield Aufnahmen oder Milchstraßen Aufnahmen, wo man mit Weitwinkel objektiven Astrophotografie betreibt. Natürlich kann man mit so einem Tracker ganz hervorragend die Milchstraße aufnehmen. Und ich zeige euch gleich auch Aufnahmen mit 24 mm, mit 50 mm. Und es gibt auch ein paar sehr große Deep Sky Objekte, zum Beispiel Barnards Loop, den ich auf jeden Fall heute oder morgen auch fotografieren möchte. Und die kann man natürlich auch mit 50 mm machen. Aber so ab 200 mm fängt für meinen Geschmack die detaillierte Aufnahme von Gasnebeln an und damit die Deep Sky Fotografie. Und das gleichzeitig erfordert, dass man eine einigermaßen stabile Montierung hat. Und da sind diese Sky Tracker eben ganz gut. Da gibt es von Sky Watcher ein und es gibt von iOptron eben diesen Sky Guider Pro. Zuallererst möchte ich euch mal erklären, wie so eine Montierung überhaupt funktioniert. Dazu muss ich mal die Kameraposition ein bisschen ändern. Ihr wisst ja, dass sich die Erde um sich selber dreht und bei Langzeitbelichtung, also bei Belichtung von mehreren Sekunden, führt das dazu, dass wenn wir eine Kamera nicht aktiv nachführen, dass die Sterne zu Strichen auseinandergezogen werden. Und damit das nicht passiert, müssen wir diese Erddrehung ausgleichen. Dazu ist es wichtig, eine Teleskopmontierung zu haben, die tatsächlich exakt parallel zur Erdachse ausgerichtet ist. Und jetzt gibt es zufällig auf der Nordhalbkugel den Polarstern. Der Polarstern steht beinahe genau in dem Punkt, wo die gedachte Erdachse durch den Himmel durchstößt. Und das hilft uns dabei, diese Achse des Sky Guiders oder jeder anderen Montierung auszurichten. Und zwar exakt parallel zur Erdachse. Ich kann hier diese Montierungsachse lösen und wenn diese Achse genau zum Polarstern zeigt, dann kann ich hier einen kleinen Motor anstellen. Und dann wird ganz langsam die Erddrehung ausgeglichen und die Montierung dreht sich mit den Sternen quasi mit. Und wir bekommen punktförmige Sterne. In einem gewissen Rahmen funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich kann mit dieser sogenannten Rektastensionsachse tatsächlich dann jeden Punkt von Ost nach West anfahren. Und zusätzlich kann ich hier aber noch über die sogenannte Deklinationsachse die Höhe eines Objekts anfahren. Und am besten sieht man das, wenn man hier diese Rektastensionsachse mal genau parallel stellt. Und dann kann man schön sehen, dass man hier mit der Deklination, ich hoffe man kann das sehen, mit der Deklination tatsächlich vom Horizont bis zum Zenit jeden Punkt anfahren kann. Und kombiniert in beiden Achsen kann ich so jeden Punkt am Himmel anfahren. Das ist so ein bisschen um die Ecke denken. Und für Leute, die noch nie Astrophotografie gemacht haben, ist das am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese komische Rektastension, Deklination, Geschichte. Häufig trefft ihr zwei verschiedene Montierungstypen an für Teleskope. Das hier ist eine azimutale Montierung, auch Alt-Azimut-Montierung genannt. Da kann man das Teleskop in Ost und West und Nord und Süd Richtung bewegen. Und die parallaktische Montierung, auch äquatoriale Montierung genannt oder kurz EQ-Montierung genannt, die ist, wenn man so will, eine um den Breitengrad geneigte azimutale Montierung. Vielleicht schaut ihr euch das ganze Thema mal im Internet an. Es gibt verschiedene Wikipedia-Artikel und ich verlinke aber auch unter dem Video mal ein, zwei Bücher, so allgemein als Einführung, was die Astronomie angeht und auch was Teleskope angeht. Wenn man eine Kamera mit einem Objektiv aus so einem Sky-Tracker montiert, dann hat man leider nur eine Bildposition, die man sich aussuchen kann. Deswegen habe ich mir hier so eine Objektivschelle gekauft und in der kann ich das Objektiv drehen und somit eine schöne Bildkomposition einstellen. Diese Objektivschellen gibt es von den Originalherstellern meist relativ teuer. Ich habe hier eine relativ günstige Variante ausgesucht. Verlinke ich euch auch unter dem Video bei Amazon. Außerdem ein Problem, vor allem im Herbst und Winter ist, dass die Linsen der Objektive beschlagen können. Dafür gibt es ebenso bei Amazon relativ günstig solche Objektivwärmer. Ja, es ist mittlerweile richtig dunkel geworden und auch richtig schön kalt geworden. Der Frühling hat sich wieder verpieselt, es ist wieder richtig Winter geworden. Und man kann, ja so richtig dunkel ist es noch nicht, also ich kann noch nicht anfangen aufzunehmen, aber ich kann den Polarstern sehen. Das heißt, ich fange jetzt an, die kleine Montierung hier einzunorden. Ich habe dazu eine App, die zeige ich euch im Detail gleich auch mal. Die heißt Polarscope Align Pro. Und da kann ich mir genau diesen Polsucher hier, den iOptron Polsucher anzeigen lassen und kann dann genau den Polarstern so positionieren, wie er hier in der App angezeigt wird. Ich blende euch das mal ein und dann könnt ihr das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Ich mache das mal und ihr könnt ein bisschen zuschauen. Ja, das Problem ist nämlich, dass der Polarstern doch nicht hundertprozentig genau am Himmelspol steht. Und das heißt, er beschreibt selber einen kleinen Kreis um den Himmelspol. Und wenn man jetzt die Montierung auf den Polarstern ausrichten würde, dann würde man immer leicht neben den Himmelspol ziehen. Also muss man den Polarstern an eine bestimmte Position im Sucher bringen, um dann die Montierung exakt zu dem Himmelspol auszurichten. Da hilft euch die App zum einen, diese Position genau zu finden. Und dann könnt ihr das vergleichen mit der Fadenkreuzansicht, die ihr in diesem kleinen Polsucher hier im SkyGuarder Pro sehen könnt. So, das Einordnen ist geschafft. Noch so ein paar Tipps. Also um den Polarstern gut anzupeilen, mache ich es immer so, dass ich mit einem Auge hier durchgucke, mit dem anderen Auge hochgucke. Und dann sehe ich ungefähr, wo ich hin muss. Und dann in der richtigen Position, ja, dann ist auch der Polarstern im Blickfeld des Sucherfernrohrs. Deswegen schiele ich mit einem Auge sozusagen immer hier am Polsucher vorbei und gucke parallel irgendwie am Himmel, in welche Richtung schaue ich gerade. Das ist ein guter Tipp, um den Polarstern gut im Polsucher auch einstellen zu können. Um mit der Nachführung, der eigentlichen Nachführung zu beginnen, müsst ihr den Star Tracker einfach mal anschalten. Also hier mit diesem Kippschalter. Und der steht standardmäßig dann eben auf Sterngeschwindigkeit, was ihr an dieser Leuchtdiode hier auch seht. Es gibt noch andere Geschwindigkeiten, zum Beispiel halbe Sterngeschwindigkeit oder Mondgeschwindigkeit. Das kann man zum Beispiel für Timelapses benutzen oder solche Fälle. Und dann gibt es noch einen Modus Nordhalbkugel oder Südhalbkugel. Das könnt ihr auch umstellen, das steht aber alles in der Bedienungsanleitung. Und natürlich, wenn ihr den eingeschaltet habt, dann seht ihr auch die Beleuchtung des Polsuchers, die ihr ja benötigt, damit ihr überhaupt den Polarstern finden könnt. Nächster Schritt, der getan werden muss, ist das Fokussieren des Objektivs. Ich habe hier mal einen sehr hellen Stern eingestellt. Und das Fokussieren ist etwas, das müsst ihr ein bisschen üben. Und das ist bei einem 200mm Objektiv gar nicht mal so leicht. Es gibt ja diverse Fokussierhilfen, sogenannte Batinov-Masken. Und die funktionieren aber erst bei höheren Brennweiten richtig gut. Also bei 200mm funktionieren die noch nicht wirklich gut. Dann ist es auch so, dass die meisten Kameras nicht zulassen, dass man mal so richtig reinzoomt. Und das im Display hinzukriegen, ist schon eine Kunst. Was ich dann manchmal mache, ist ganz einfach. Also überhaupt die dickste Brille, die ihr habt, anziehen. Und dann habe ich hier noch so eine kleine alte Linse aus einem Objektiv. Ihr könnt auch einfach eine Lupe mal irgendwo kaufen und damit tatsächlich auch nochmal wirklich optisch das Display vergrößern. Natürlich müsst ihr auch die größte Vergrößerung, digitale Vergrößerung, hier an eurer Kamera auswählen. Das ist in meinem Fall jetzt 10-fach. Und dann zeige ich euch jetzt in einem kleinen Einspieler aber auch noch ein paar Tricks, wie ihr eventuell gut zu einem perfekten Fokus kommt. Ja, so könnte das beispielsweise in eurem Sucher ja aussehen. Das ist zwar jetzt ein anderes Objektiv, nicht das 200mm Objektiv, aber ich zeige euch das mal. Natürlich müsst ihr zuerst mal darauf achten, dass die Sterne möglichst klein werden. Also wenn sie so scheibchenförmig aussehen, dann seid ihr nicht im Fokus. Ihr dreht also so lange am Fokusrad, bis die Sterne wirklich Punkte sind. Dann ist immer ein guter Trick, achtet mal jetzt darauf, wenn ich in der Nähe des Fokus bin, dann tauchen auch immer sehr, sehr schwache Sterne auf. Das ist immer ein guter Hinweis darauf, dass man gut im Fokus ist. Also, dass plötzlich ganz schwache Sterne ja doch eine Helligkeit bekommen und plötzlich überhaupt auftauchen. Andere Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass kurz vor und kurz hinter dem Fokus man manchmal so eine Farbverschiebung um die Sterne sieht. Also manchmal ist es dann grün und manchmal ist es so purpurfarben. Und ja, das ist auch immer ein guter Hinweis, wenn man da so um den Fokus herum irgendwie diese Farbverläufe sieht, dann hat man ein gutes Gefühl dafür, dass man jetzt gleich den Fokus getroffen hat. Ja, Leute, ich hänge jetzt mittlerweile hier richtig unten auf dem Boden rum. Das ist der Nachteil, wenn man das Stativ nicht sehr weit aussieht. Ich habe mir ein Objekt ausgesucht im Fuhrmann, die Gasnebel IC410 und IC405 und die ganzen offenen Sternhaufen. Tolle Gegend, vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit stehen die hoch am Himmel und man kann sie noch irgendwie den gesamten Abend bis Mitternacht belichten. Und ich habe mir da so eine markante Sternenformation rausgesucht. Die sehe ich auch mit bloßem Auge und da mache ich wieder genau das Gleiche. Also ich gucke mit einem Auge an der Kamera am Sucher vorbei und mit dem anderen Auge schaue ich durch den Sucher. Wenn ihr jetzt ein Club-Display habt und Live-View, ist das natürlich eine feine Sache, aber leider hat die Canon 6D das nicht. Meine EOS R, mit der ich euch gerade filme, die hat das und das macht echt einen Riesenunterschied. Also wenn ihr euch eine Kamera neu kauft, dann kauft euch eine mit Club-Display. Also ich hänge hier echt unterm Sucher und auf dem kalten Boden und das macht nicht wirklich Spaß. So, also ich habe jetzt diese Formation, das ist so eine rondenförmige Sternenformation, einigermaßen in die Mitte gestellt. Ich glaube, das wird ganz schön fokussiert ist. Zum Einstellen des Objektes habe ich jetzt die allerhöchste ISO ausgesucht. Dann kann ich nämlich mal ganz kurz ein paar Sekunden Schüsse machen, gucken, ob alles, was ich fotografieren möchte, im Feld drin ist. Ganz wichtig ist, dass ihr jetzt den ISO-Wert wieder runterstellt. Grundsätzlich, welche ISO benutze ich? Da ich jetzt hier Belichtungszeiten von maximal zwei Minuten realisieren kann, werde ich eine moderat, aber hohe ISO-Zeit nehmen. Das heißt, bei der Canon EOS 6D ungefähr, nicht ungefähr, ich werde ISO 1600 nehmen. So, alles ist vorbereitet. Jetzt geht es noch um die Belichtungszeit. Ja, schätzungsweise bei 200 Millimetern, gut eingenordet, habe ich es schon geschafft, zwei Minuten zu belichten. Ich werde jetzt das Schicksal mal nicht herausfordern und werde mal eine Minute Belichtungszeit nehmen. Dann schaue ich mir erst mal dieses Foto an, gucke, ob ich wirklich im Fokus bin und ob die Sterne noch rund sind. Dann mache ich eine Serie mit einem Intervall-Timer, den ich hier habe. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es soweit ist. So, eine Minute Belichtungszeit sieht gut aus. Wie gesagt, ich fordere jetzt mein Glück nicht heraus und lasse es dabei. Ich bin mit den ISO-Werten hoch, also ich bin bei 1600. Das macht eh nichts aus, darüber muss ich mal eine eigene Folge machen. Aber guckt euch vielleicht auch mal mein Video zu den ISOs an, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich lasse es jetzt so. Ich habe außerdem gerade was gefunden und zwar auf dem Mikrofon, was ich hier habe, über das ich spreche. Hier ist so eine kleine Folie drauf gewesen und die habe ich mal hier aufs Display geklebt, an der Stelle, wo ich einen markanten, hellen Stern sehe. Und was es damit auf sich hat, warum ich das gemacht habe, das zeige ich euch auch später mal. Ich fange jetzt mal an. An diesem Punkt hier ist es kritisch. Also ihr müsst euren Fokus, der Fokus muss sitzen jetzt und der Bildausschnitt muss sitzen. Denn jetzt drückt ihr auf den Auslöser und belichtet, was weiß ich, eine Stunde, zwei Stunden oder vielleicht sogar länger. Und ja, jetzt entscheidet es sich. Also nehmt euch jetzt ein bisschen mehr Zeit, auch wenn es an den Nerven zerrt, weil ihr vielleicht, wie ich, hier auf dem Boden hockt, weil es kalt ist und so weiter und so fort. Aber nehmt euch die Zeit, es wirklich hier sehr gut zu machen, sehr gut zu fokussieren und den Bildausschnitt wirklich perfekt zu treffen. Damit ihr euch nachher, wenn ihr dann morgen irgendwie im Warmen am Computer sitzt und die Bilder irgendwie bei 100% Auflösung seht, das euch da nicht ärgert. Also ich gucke es mir nochmal an, ob der Fokus wirklich 100%ig sitzt. Ich hoffe es. Und dann belichte ich mal und dann sehen wir uns wieder. So, um die eigentlichen Aufnahmen zu starten, braucht ihr jetzt noch einen sogenannten Intervall-Timer. Ich habe mir da einen relativ günstigen gekauft mit einem Kabel. Den kann man einfach in den seitlichen Slot der Kamera einstöpseln und programmieren und dann kann es auch schon losgehen. Wichtig ist, dass ihr eure Kamera in den Bulb-Modus, also das ist mit B gekennzeichnet, stellt, damit der Timer letztendlich die Belichtungszeit übernehmen kann und die Belichtungszeit, die am Timer einstellt, dann auf die Kamera übertragen wird. Ich habe dann letztendlich eine Belichtungszeit eingestellt von einer Minute. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen experimentieren. Dann habe ich zwischen den Aufnahmen ein kleines Delay eingebaut von ein oder zwei Sekunden. Das dient einfach dazu, dass die Kamera in Ruhe das Bild abspeichern kann und danach geht es weiter. Dann muss man auch die Anzahl der Bilder eingeben und dann drückt man letztendlich nur noch auf den Play-Button und dann rattern die Aufnahmen los. Natürlich müsst ihr auch noch eine geeignete Blende einstellen. Mein Objektiv hat eine Offenblende von 2,8 und ich habe es ein bisschen auf Blende 4 abgeblendet, einfach damit das Objektiv ein bisschen besser in den Ecken abbildet. Hier sind Erfahrungswerte gefragt und leider ist es so, dass natürlich lichtstarke Objektive auch einfach teuer sind und lichtstarke Objektive in Kombination mit sehr guter Abbildung sind extrem teuer. Hier müsst ihr ein bisschen schauen, ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, wie weit ihr euer Objektiv abblenden müsst. Noch mal ein paar Worte zur ISO. Ich habe das vorhin nur so ein bisschen angeschnitten, habe gesagt, schaut euch das Video dazu mal an. Die Theorie dazu ist wirklich nicht so leicht und Fakt ist, und das ist für viele Leute sehr verwunderlich, dass höhere ISO-Werte tatsächlich zu weniger Rauschen führen. Aber es kann eben sein, dass euch Objekte oder Sterne sehr schnell in die Sättigung geraten, ausbrennen nennt man das dann und das möchte man auch vermeiden. Man kann mit so einem Skyguider Pro nicht sehr lange belichten. Hier ist eine Minute, so die Grenze, vielleicht würden zwei gehen. Das ist relativ wenig für Deep-Sky-Aufnahmen. Das heißt, man geht mit der ISO hoch, um möglichst wenig Rauschen nachher in den Aufnahmen drin zu haben. Ich habe vorhin gesagt, moderat hoch ist bei mir 1600. Die maximale sinnvolle ISO-Zahl bei dieser Kamera ist 6400. Alles darüber macht keinen Sinn. Das ist bei vielen anderen Kameras auch so, zumindest bei Canon-Kameras. Also habe ich jetzt ISO 1600 eingestellt. Um euch zu orientieren, schaut euch das Bild an. Für mich ist es immer so, es muss ein bisschen milchig sein vom Eindruck. Also es muss eine gewisse Helligkeit haben. So ein milchiger Film muss im Bild sichtbar sein. Das ist die Lichtverschmutzung. Die muss so ein bisschen sichtbar sein, damit man nachher möglichst wenig Rauschen im Bild tatsächlich hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht mit der ISO ein bisschen hoch. Und falls ihr an Orten fotografiert, wo die Lichtverschmutzung sehr stark ist und ihr stellt fest, nach einer Minute, zum Beispiel bei ISO 6400, ist das ganze Bild nur noch hell und man erkennt wirklich gar nichts mehr, dann geht es selbstverständlich mit der ISO runter. Aber es darf ruhig hell sein. Also da muss man den richtigen Punkt finden, wo man eben noch Objekte sieht und wo die Lichtverschmutzung aber noch nicht so zuschlägt, dass das Bild komplett ausgebrannt ist, also komplett weiß ist. Es darf aber auch nicht zu dunkel sein. Also ein komplett dunkles Bild, wo man nur ein paar Sterne sieht, ist eben auch nicht optimal. Dann müsste man mit der ISO hochgehen. Ich habe hier einen Filzschreiber in der Hand. Ich habe euch vorhin gesagt, ich habe so eine kleine Folie gefunden, habe hier diese Folie auf das Display geklebt. Und ich zeige euch mal kurz, was ich damit mache. So nochmal zu der Folie und dem Filzschreiber. Ich markiere mir hier zum Beispiel rechts unten einen Stern und so alle 15 Minuten verschiebe ich mit dem Motor oder auch manuell diese kleine Montierung, sodass sich der Bildausschnitt ein bisschen verändert. Ich diesen Stern also immer an anderen Positionen in diesem kleinen Kreis habe. Das hilft, um ein wirklich nerviges Rauschmuster, was man manchmal in den Aufnahmen hat, nachher beim Stacken rauszurechnen. Also der Sinn dahinter ist, ein sogenanntes Dithering zu realisieren. Das heißt, alle paar Aufnahmen verschiebe ich hier über die Tasten, Direktaxtensionsmotoren, Tasten, das Bild so ein bisschen, damit der Stern immer an einer anderen Position ist und auch mit der Deklination, da muss man sehr vorsichtig sein, damit man nichts verstellt, verstelle ich so alle Viertelstunde, sage ich mal, bis in den Bildausschnitt, damit nicht alle Bilder passgenau übereinander liegen. Das nennt man Dithering. Das ist sehr hilfreich bei der Bildbearbeitung nachher. Jo Leute, ich glaube fast vier Stunden ist das Ding jetzt hier durchgelaufen und ja, der Akku von der Kamera ist jetzt mittlerweile leer und nach vier Stunden muss ich, glaube ich, jetzt nicht noch einen zweiten Akku laden. Das Objekt ist auch schon ziemlich auf dem Weg Richtung Horizont. Und was super funktioniert hat, hat die Taukappenheizung, das hat prima geklappt. Und eigentlich müsste ich jetzt noch Flatfields machen und das spare ich mir aber, beziehungsweise ich mache die morgen früh. Und ich sage jetzt erstmal, gute Nacht, Bau ab und dann schauen wir uns die Bildbearbeitung an. Ich habe mich entschieden, in diesem Video die Bildbearbeitung nicht anzusprechen, da das Video ansonsten viel, viel zu lang wird. Aber ich habe mindestens schon fünf oder sechs Videos gemacht, speziell für Anfänger, für unterschiedliche Programme, was die Bildbearbeitung angeht. Und da werde ich euch unter dem Video einiges verlinken. Da gibt es wirklich verschiedene Programme. Der Workflow, der Arbeitsablauf ist meistens immer der gleiche. Und da sucht ihr euch einfach mal was raus, damit ihr mal einen Anfang findet. Diese ganze Geschichte mit dem Dithering, was ich euch gezeigt habe, mit dieser Folie, auch die Geschichte mit Flatfields und Darks und Bias, das müsst ihr vielleicht am Anfang gar nicht machen. Für den Anfänger wird es erstmal wichtig sein, überhaupt das ganze Handling hinzubekommen, mal die Einordung über den Polarstern und den Polsucher hinzubekommen, dann überhaupt diesen ganzen Umgang nachts im Dunkeln mit der Ausrüstung. Also, aber damit ihr das im Hinterkopf habt, habe ich die Sachen schon mal erwähnt. Und diese ganzen Geschichten, die ich euch gezeigt habe, die helfen letztendlich später mal, um wirklich zu besseren Bildergebnissen zu kommen. Jetzt zeige ich euch mal die Bilder, die in dieser Nacht, in der darauffolgenden Nacht entstanden sind. Außerdem zeige ich euch noch zwei Bilder, auch mit unterschiedlichen Brennweiten mal, die ich ein Jahr zuvor auf Teneriffa aufgenommen habe. Wenn euch das gefallen hat, tut mir einen Riesengefallen und abonniert doch diesen Kanal und hinterlasst vielleicht auch einen Kommentar und ein Like. Das würde mich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.